Herzlich Willkommen zurück zur nächsten Folge von Mad Games Tycoon auf meinem Kanal. Da sind wir wieder zurück. Ja, wir haben den Nachfolger von Powerrock in Entwicklung und gehen da aufs Ganze. Es muss auch gut einschlagen, damit wir uns ein neues Gebäude kaufen können, um dann die Grafik- und Soundtechnischen Verbesserungen reinzubringen. Das wäre das Ziel, das haben wir in der letzten Folge erforscht. Und ja, ich möchte jetzt nur nicht das riskieren, das kostet 5 Millionen hier. Und wir haben nur 8 und wir brauchen auch ein bisschen Budget, sag ich mal. Aber wir gehen jetzt da all in, entwickeln da die besten und teuersten Dinge. Ja, und wird sich hoffentlich dann ausbezahlen. Wir haben das Spiel leicht verbessert zum Vorgänger. Leider kamen auch danach noch ein paar Fanbriefe und wir konnten nicht alles top verbessern. Aber ich hoffe, wir bringen das schon mal ein bisschen besser hin. So, oh, die haben erst jetzt da... Ich glaube, ich breche die Aufgabe nochmals ab. Und mach da... Wie viel haben die jetzt? Nur eines noch mehr. Ja, das soll so bleiben. Besser Bugfixing jetzt. 300 Bugs, das dauert ein Weilchen. Wir brauchen Cash. So. Das verschieben wir mal nach da. Wir schauen mal den Bericht an. Aktuell 30 bis 50 Prozent. Das liegt aber wirklich an den Bugs. Das haben wir in der letzten Folge gemerkt. Das Bild ist schon deutlich besser, wie man das sieht da. Das sieht cool aus. Und 65 Hype ist auch nicht schlecht. Motion Capture freigeschaltet. Okay. So, die machen aktuell nichts. Die würden gerne... Wir haben letztes Mal den Engine entwickelt. Das hat dann ewig gedauert. Na komm. A-Light Engine. Das hat übrigens auch... Ja, das kostet bald eine Million, so eine Engine zu machen. Was haben wir noch nicht? Auf jeden Fall... Der interaktive Film. Da bin ich mir relativ sicher. Äh, jetzt habe ich Macintosh gewählt. Ich depp. So, Personal Computer. Ja, das dauert jetzt wieder da. Die sind fertig. Ja, hier sind die teuren Vorstellungen. Ah, übrigens das Marketing. Komm, das können wir mal holen. Das braucht nicht ein grosses Büro. Das könnten wir vielleicht sogar noch irgendwo integrieren. Was ist mit dem da? Ah, das ist der Chef Game Designer vom Spiel. Ich glaube nicht, dass wir da wieder irgendwo vertreten sind. Natürlich nicht. Horror Effekt. Oh, das Spiel wurde vom Markt genommen. Da muss der Hype natürlich noch mehr steigen. Wenn so gleich... Sobald das Spiel vom Markt ist, der Nachfolger kommt. Arbeitermangel. Das ist nicht so toll. Wir wollen ja ausbauen. Was natürlich noch... Ja, es ist wieder Weihnachtszeit. Und wir haben wieder nichts zum Verkauf. Das ist toll. So, noch sechs Wochen. Sechs Wochen muss das Spiel draussen sein. Das wird kritisch. Ich möchte es nicht so veröffentlichen. Dann müssen wir jetzt darauf hoffen, dass Aufbauspiel und Wirtschaft nicht unbeliebt sind. Im nächsten Trend. Auf das müssen wir hoffen. Weil sonst... Könnte das nicht ganz so gut ankommen. Oh ne, jetzt hat er automatisch AAA gestartet. Das war wieder klar. Das sieht man auch im Kontostand. Eine Million für eine Agent und eine Million für AAA ausgegeben. Obwohl wir die gar noch nicht brauchen. Naja, was wir haben, haben wir. So kann man es auch betrachten. Ja, die Projekte werden immer grösser. Brauchen immer mehr Zeit. Also mit den gleichen Leuten natürlich. Und das ist natürlich schon aktuell noch ein bisschen kritisch. Weil man natürlich schon aufpassen muss, dass man noch solide dasteht. Gut, das sieht auch immer so bedrohlich aus, wenn hier Zahlungen rausgehen. Aber das ist natürlich auch nicht so ein Riesenbetrag. Muss man schon auch sagen. Wenn du natürlich so einen Staubsauger hier für 15.000 kaufst. Ja. Ist halt so. So, diesmal passt es perfekt. Dass wir dann gleich das Update machen können. So, dafür Top-Bewertungen da. Strategie und Burgen ist nicht im Trend. Da sind wir ja bestens dabei. So, mit wem haben wir denn gepublished? Wenn es denn überhaupt noch gibt. Ne, gibt es nicht mal mehr. Inter Games. Ja, komm, wir nehmen Inter Games. Inter Games. Es gibt bereits ein anderes Spiel, was so ist. Wir haben uns nicht so sehr verbessert. Muss man schon sagen. Also, könnte besser sein, wenn ich da ehrlich bin. Ich würde aber trotzdem mal noch ein kostenloses Update machen. Was natürlich auch wieder ein Vermögen kostet. Hier Spielbericht erstellen. Dass wir gleich wissen, was da wie gelaufen ist. Kunden-Support wird besser. So. Aber verkauft sich jetzt nicht schlecht. Also, kann man jetzt nicht viel sagen. Ist aber immer noch 2 Millionen im Minus. Sound sind sie enttäuscht. Oho, jetzt sind wir schon so weit. Aber wir haben 3 Haken richtig getroffen. Das da nicht. Und den auch nicht. Ja. 69. Und was hatten wir hier? 65. 4% mehr. Immerhin etwas. Aber vom Sound enttäuscht zu sein. Ja. Gut. Wir haben ja das Soundstudio in der Pipeline. Absolut. So. Gibt es da ein bisschen Auftragsarbeit? Eine. Für Electronics Arts. Ja. Dann sollen sie es mal machen. Von der Steuerung sind sie wiederum begeistert. Das ist schön. So. Da beende ich die Automatik. Das soll so bleiben. Ja. Da müssen wir uns was Neues überlegen. Ehrlich gesagt. Ich hoffe, das wird noch auf ein Null gehen. Weil, äh, ja. Sonst sind wir fast ruiniert. Das AAA hat uns auch ruiniert hier. So. Geschicklichkeit. Haben wir da schon irgendwelche Erfahrungen? Gut. Ich könnte natürlich jederzeit einen Remaster machen. Aber irgendwann wird das auch langweilig, ehrlich gesagt. Ah, ein Massiv Multiplayer Online ist jetzt möglich. MMO Add-on. Okay. So. Wir nehmen AA. Was machen wir überhaupt? Mix Effect Walk an Profile. So. Geschicklichkeit. Ja, da haben wir Erfahrung. Stimmt. Denkspiel. Das Thema. Autos. Äh. Hat's wieder nichts Gescheites. Ehrlich gesagt. Was jetzt zu Autos passen würde. Transportwesen. Aber dann andersherum. Ah. Ja, toll. Wenn es da gewählt ist, kann ich es auf der anderen Seite nicht wählen. Transportwesen. Transportwesen. Autos. Wird bestimmt nicht passen. Aber. Lassen wir jetzt mal so. Gut. Dann sollten wir ja für Geschicklichkeit ein Engine haben. Das ist die. Die, die am meisten outdated ist. Aber na gut. Gut. So. Dann haben wir vier Plattformen. Wir bekommen halt auch nicht mehr als 50% hin da. Das ist halt auch nicht so toll. So. Da wieder mal investiert. Gut. Da ist noch Review-Ergebnis. Gut. Ah. Wild Drunk ist so ein Spiel gewesen. Wo wir aber genau gar nichts getroffen haben. Und Wild Drunk 2 genauso. Aber. Nee. Also da sind die Haken wieder unterschiedlich. Interessanterweise. Und wir hatten schon mal Valk on Profile gemacht. Call to Duty. Ja. Das haben wir bestimmt noch nicht gemacht. Hier. 39 Features. Ja. Es ist halt. Es ist teuer. Absolut. So. Wir haben auch Quark gehabt. Aber das hat nicht überzeugt. Und das Essen auch nicht. Habe ich tatsächlich nie was richtig getroffen. Das kann es doch nicht sein. Ich glaube ich übertrage mal schnell die Einstellungen hier. Ja. Muss jetzt aber wieder hier hingehen. Das ist natürlich doof. Also das könnte ein bisschen besser sein. Wenn ich da ehrlich bin. So. Also wenn jetzt da natürlich wieder alles fehlt. Ist es wieder blöd. So. Kinder würde ich mal belassen demnach. Das hat er gespeichert. Das hat er gespeichert. Das auch. Gut. Gut. Ah doch. Hier steht es. Nur da stand es nicht. Gut. So. Dann brauchen wir die Fanbriefe. Zu Wildtrunk 2. Zu sehr für Core. Und Einsteiger freundlicher. Noch mehr. Gehen wir halt eins rüber. So. Das da ist auch ein bisschen komisch. Aber das würde ich so belassen. Weil. Da gibt es irgendwie kein. Kein Verlass. Äh. So. Ich habe gerade gesehen. 27. Hä? Kann nicht sein. Okay. Grosses Risiko natürlich wieder. Aber ich hoffe das klappt. So. Ja. Wir können sonst dann auch mal wieder ein kleineres Spiel machen. Ehrlich gesagt. Wenn es dann zu kritisch wird mit den Finanzen. Ich hoffe jetzt einfach, dass das da noch ein bisschen performt. Die Bewertung ist ja gar nicht so schlecht. 69%. Review und 70 User. Es muss einfach noch Gewinn abwerfen. Wenn man da. Ehrlich ist. Für das, dass der Hype. Der ist sogar auf 74 aktuell. Der ist so hoch gestiegen. Gut. Das bleibt auch auf einer guten Kurve. 19.000 die Woche. Aber es sind natürlich auch. Immense Summen. Muss man auch sehen. Die da weg gehen und wieder reinkommen müssen irgendwie. So. Aber zum Glück ist der gleich fertig. Was heisst eigentlich die Uhr da? So. Ja. Es hat natürlich schon wieder neue Features. Und neue Genres auch. First Person Shooter und Visual Novel. Das sagt mir gar nichts. Ist das so ein Adventure Click Film? Ne. Das ist ja der interaktive Film eigentlich. So. Die Themen sind ja nicht so teuer. Deshalb können sie sich mal wieder durch die Themen arbeiten. Und hier machen wir mal Performance. Ja. Themen gehen auch relativ schnell. Kosten nur 10.000. Also ja. Summiert sich schon auch. Aber. So haben wir wieder ein bisschen mehr Auswahl. Obwohl es natürlich schon. Es ist viel zu viel Auswahl eigentlich drin. Minus 200. Das ist bitter. Das schadet natürlich immens. Minus 200 ist jetzt gerade wirklich nicht toll. Und. Und. Ah. Wir werden gleich Break Even haben. Und erst ab dann haben wir etwas verdient. Jetzt. 100.000 verdient. Aber es sieht immer noch stabil aus. Mit 16.000. VR-Helm-Support. Ja. Das sieht man jetzt auch hier auf der Seite. So. Und alles in allem. Ja. Jetzt kann man doch sagen. Hat es sich gelohnt. Auch wenn. Der Gewinn höher sein könnte. Das ist absolut so. Ja. Gerade noch 32 Bugs reingehauen. Klar. Ist ja wieder sowas von. Klar. 40 bis 60. Ist schon mal höher als das andere immer. Auch wenn. Etwa gleich viele Bugs drin sind. Und der hat tatsächlich ein bisschen Level. auch erhalten da. So. Dieses Mal machen wir. Updaten. Äh. Features hier. So. Und dann machen wir mal die da. Da sind 18 von 24 Features drin. Oder so. Die wir haben. Aber die 6 Features. Kosten einfach mal die Hälfte alles. Das sind einfach die teuersten Features. Die da reinkommen. Ja. Wir sind eh nicht dabei. Ja. Dafür müssen wir uns noch verbessern. Da muss ich greedier werden. Und einfach mal Remaster machen. Von einem Spiel. Das sehr gut. Lief. Das war eigentlich das Ziel. Sollten wir als nächstes machen. Aber vielleicht. Ja. Nein. Wir müssen das machen. Damit wir uns dieses. Gebäude kaufen können. Wenn wir nur solche Dinge machen. Dann lohnt sich das nicht. Also da geht so viel Geld drauf. Oh. Gegenstände Stufe 3. Jawohl. Jetzt gibt es doch hier so einen Button. Ist der hier? Ah ne. Der ist pro Raum. Glaube ich. Da. Genau. So. Was kostet das? Ja. 10.000 pro Stück. Zurück. So. Ja. Brauchen wir. Geht das da auch? So. Ist die Toilette noch auf dem neuesten Stand? Gut. Passt schon. Ja. Mit den Tischen 3. Was haben wir da für Bonus? Arbeitsergebnis 20%. Das ist schön. Kundensupport ist gleich wieder abgeschlossen. Marketing haben wir auch nicht. Und das wäre wahrscheinlich auch ein guter Bestandteil zu haben. Und wir müssen langsam wirklich aufpassen hier. Jetzt gehen die Verkäufe auch schon zurück. Ja. Wir haben eineinhalb Millionen verdient damit. Aber. Das ist natürlich nicht rein Gewinn eigentlich so. Das Bugfixing hinkt auch hinterher. Das ist gegenüber. Sag ich jetzt mal. Dem alten Spiel glaube ich schwerer geworden. So nach Einschätzung. Also früher gingen die Bugs schneller weg. Habe ich das Gefühl. Und vor allem wenn sie parallel gearbeitet haben. War das sehr effizient. Und hier. Ist das wenig effizient. Vielleicht habe ich aber auch einfach zu wenig Leute. So. Gute Werte. Dann suchen wir uns noch einen Publisher. Ja. Gibt wieder mal keinen natürlich. Gibt es für Denkspiel. Also keinen der in Frage kommt. Muss ich so sagen. In der. Ja. Komm wir gehen mal mit dem. Da haben wir zwar nicht so viel daran verdient. Aber. Hat eine gute Reichweite. So. Es gibt kein anderes Spiel. Was so ist. Einen. Zweiundachtzig Prozent. Ja. Dann war doch nicht schlecht. Dann könnte es ein gutes Game geben. Wollen natürlich gleich wissen. Wie es so ankommt. Und hier wollen wir natürlich ein Update nachreichen. Was auch 400.000 kostet. Überhaupt nicht wenig eigentlich. So. Das andere hatte immer noch 53 Hype. Spielbericht ist da. Ja. Autos und Transportwesen hat gepasst. Hätte ich gar nicht irgendwie. Also gut. Ja. Aber in der Kombination eigentlich so. Kinder passt auch. Da steht jetzt wieder 40. 10. 10. 40. Was? Ich habe alles getroffen. Gut. War jetzt. Muss man ehrlich sagen. Wir hatten ja hier Hinweise. Und es war jetzt nicht so schwer. Aber das ist natürlich toll. Dass wir alles getroffen haben. Wow. Dann könnte es. Dann könnte es ein gutes Spiel werden. Also Pandemie schon wieder. Habe ich genug davon. So. Auftragsarbeit. Gar nichts. Ja. Können sonst wieder nichts machen da. Neuer Trend. Powerrock 2 ist vom Markt. Wirtschaftssimulation und Engel ist negativ. Echtzeitstrategie und Wehrwölfe sind im Trend. Und ich glaube ich würde hier mal die Automatik beenden. Ja. Wir haben gut Themen freigeschaltet glaube ich. So. Da sind zwei drin noch. Da sind zwei. Hardware sind wir noch nicht so weit. Und ich würde sagen. Engine Features als nächstes. Das ist wieder ein bisschen teurer. So. Also das sieht schon mal sehr gut aus eigentlich da. Und ich glaube die Updates. Man bekommt schon noch mit den Updates was hin. Also ihr seht es steigt auf. Dann sinkt es. Und dann mit einem oder zwei Updates. Bleibt es relativ ähnlich. Gleich. Ich würde es hier. Automatik beenden. Es stagniert so ein bisschen wie. Das ist schon positiv. Und es geht sogar nochmals hoch. Aber ich würde es so belassen. Und ich würde es auch für diese Folge so belassen. Wenn man es so sagt. Wir werden dann nächste Folge weitermachen. Ich glaube mit einem Remaster denke ich mal. Das wäre ja Zeit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.